Das lab ist da hinten, brauchen wir erstmal noch nicht mitnehmen. So. Sind wir schon mal ausgerüstet. Guck ich nochmal kurz, was hier hinten war. Aua. Ich kann noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Richtig und wichtig. Okay. So. Es ist schon ein echt schönes Spiel. Na. Der Lass da hinten. Mach den es mir rein. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Weg mit dem Jungen. Okay, ich glaube jetzt überschneidet sich das wieder mit der anderen Höhle. Nehmen wir das noch mit und ich glaube, wir gehen mal weiter runter. Da ist nicht wirklich viel. Nicht viel, was ich haben möchte. Ja, den kann ich da alleine lassen. Kannst du da alleine verweilen. Ja, das ist ein Kollege. Ja, da geht's. Na, danke. Den Eimer nehm ich gern mit. So, ich bräuchte noch ein paar Fackeln. Komm, Marihine. Ich bräuchte hier nichts mehr. Wenn er hat vielleicht noch ein Schmutzhacke. Der Rest ist mir erstmal relativ egal. Die Rüstung sollte auch erstmal eine Weile halten. Ach, mein Gott. Oder auch Vorkommen. Das ist ja krank. Ja, ja. Komm schon. Das bisschen kriegen wir doch noch hin. Schauen Sie mal auf, mir weh zu tun. Es war die Frage, da oder da? Ich glaube, da lohnt sich da etwas besser. Ich dachte schon, der baut einfach. Ah, deswegen ist er aber noch fast Schrott. Okay. Komm, Junge. Das ist ein Stück riecht auch noch hin. Wunderbar. Wunderbar. ja scheiße dann war das doch das andere links weg gehen wir lieber dahin ja muss mir nicht so anstellen ja das war das mit dem wunderschön kriege fuck you na komm her du musst mir ja leid, fast so hier unten weiter an sich komplett unnötig sonst ist kein grund dafür zu nehmen aber naja wir nehmen sie mal mit ok hier ist nichts gut dann gehen wir wieder zurück da bist du die bräuchte nicht gut dann gehen wir wieder zurück das ist eine frechheit hier na gut der ist doof der steckt er fest nicht so die hellsten hier soo das komische bruchstein zeug ich glaube es ist ab einer bestimmten höhe bloß oder biome ich bin mir nicht sicher das brauche ich nicht jungs das können wir gleich mitnehmen amnitisten das zeug heißt kannst du glaube ich farmen ich weiß noch nicht für was das ist erstmal dann gehen wir weiter da geht es auch gut nach unten das muss unser weg sein von mir aus springen wir nicht weg okay weil ich nix gehen ne so was richtig so dass sie das ist ich glaube ich glaube Eisen haben wir langsam auch genug aber für den Anfang nehmen wir erstmal alles mit was wir kriegen da haben wir nochmal gold hier ist eine spalte bloß da ist oben auch nochmal eine höhle da ist mir hier lang aber hier gibt es okay hier gibt es Erze Erze ohne Ende die ganze Zeit irgendwelche mobs die ich nie sehe keine ahnung wo die sein sollen ich habe doch gleich eine neue Spitzhacke die gibt langsam nach das ist schlecht und hier ist ja noch schon Ende ne ist es nicht da ist die in Bis zum nächsten Mal.